Hey Leute, CryMix hier, was geht mit Paul Berger? Wir werden heute gemeinsam auf dieses Haus will keiner kaufen, der Grund ist schockierend. Von dem Ehrenkanal Wissenswert, ich bin sehr gespannt Leute, weil man hat auf dem Thumbnail ein wirklich fettes Haus gesehen, warum will das keiner haben? Lasst ein Like und ein Abo da und abfahrt mit dem Video. Kominenter oder Unternehmer sein, um sich eine gigantische Luxusvilla zu kaufen, dann kennt ihr diese Häuser noch nicht. Es gibt auf der Welt nämlich zahlreiche Superimmobilien, die extrem günstig und teilweise für gerade mal einen Euro verkauft werden. In diesem Video stellen wir euch genau solche unfassbaren Immobilien vor und verraten euch die überraschenden Gründe, warum ihr in manchen Teilen der Welt ganze Häuser teilweise für fast umsonst bekommt. Es erwarten euch unter anderem ganze Schlösser, pompöse Stadthäuser, aber auch Wohnsitze von Promis, die vermutlich für immer leer stehen werden. Es wird also extrem kurios, deshalb bleibt unbedingt dran hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns nach. Gut, ich kann mir halt vorstellen, weil wenn du das Haus kaufst, dann gehört dir ja auch der Grund und dass vielleicht manche Sachen so günstig sind, dass sie niemand haben will, dass das Haus an sich bekommt man erstmal für einen guten Preis. Aber wenn dann irgendwie, als Beispiel ist es ein Hochwassergebiet und dann können da irgendwie Schäden entstehen und dann, keine Ahnung, kostet es sich einfach nur mehr Geld oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Nach dem Video doch mal in die Kommentare, welches dieser Häuser ihr selber kaufen würdet. Wir beginnen direkt mit einem der zahlreichen Häuser von einer der berühmtesten Personen der Welt. Und zwar niemand geringerem als Donald Trump. Trump war nicht nur US-Präsident, sondern auch Immobilieninvestor und besitzt diverse Luxus-Apartments und Megavillen rund um den Globus. Besonders spektakulär ist dabei eine Riesenvilla in der Karibik. Dieses exklusive Objekt verfügt nicht nur über einen gigantischen Swimmingpool und liegt direkt am Meer, sondern ist auch mit malerischen Palmen bepflanzt und hat unzählige Räume. Allerdings möchte Trump diese Villa seit einiger Zeit verkaufen. Und zwar zu einem für solche Objekte regelrechten Spottpreis. Ursprünglich war die Villa mit einem Preisschild von 28 Millionen Dollar ausgestattet. Hätte ich jetzt auch so, also ist realistisch, sieht ja sehr schön aus. Mittlerweile ist der Preis jedoch auf unter 17 Millionen gesunken. Und dennoch zeigt weiterhin kein Käufer auch nur irgendein Interesse. Gut, 17 Millionen ist halt immer noch sau viel. Die Gründe dafür sind... Ist jetzt nicht so, als wären das jetzt für 5 Euro. Vielfältig. Zum einen liegt die Villa mitten in einem gefährlichen Hurricane-Gebiet. Zum anderen ist der Ex-Präsident größtenteils selber schuld, dass niemand dieses Haus kaufen will. Aufgrund seiner umstrittenen Politik wollen viele Interessenten nämlich nicht mit Trump in Verbindung gebracht werden, da sie ihn somit nicht auch noch privat unterstützen wollen. Die Villa in der Karibik wird dementsprechend einem Experten zur Folge vermutlich in den nächsten Jahren nicht mal mehr 5 Millionen Dollar wert sein. Boah, also das glaube ich liegt dann aber nicht an Trump so. Also ganz ehrlich, ist mir doch egal, wer da davor drin gewohnt hat, wenn das Haus nice ist. Wenn dann muss das irgendwie halt echt wegen... Wenn das so ein Hurricane-Gebiet wäre, so ein ultraschlimmes, dann wären da nicht außenrum auch so Häuser. Ich weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass das nur 5 Millionen wert sein wird. Und damit wäre sie quasi wirklich geschenkt. Weiter geht's mit einem riesigen Objekt in Italien, das man, unglaublich aber wahr, ganz umsonst erwerben kann. Falls ihr nämlich schon mal davon geträumt haben solltet, eine eigene Burg zu besitzen, dann solltet ihr euch diese hier einmal ganz genau ansehen. Diese Burg mit dem Namen Castello di Bleria steht nämlich ganz in der Nähe von Rom und ist momentan im Besitz der italienischen Regierung. Diese möchte die Burg allerdings möglichst schnell loswerden und zwar ganz umsonst. Seit Jahren... Achtung, der Haken kommt noch, Leute. ...wirbt die Regierung um einen Käufer, der die gigantische Festung umsonst übernehmen soll, um daraus einen Tourismus-Hotspot mit Hotel zu machen. Die ganze Sache hat jedoch einen... Ja, okay, dann muss man da auch ein Hotel reinbauen. ...gewaltigen Haken. Und zwar würden die Umbaukosten dieser verlassenen Ruine in die Millionen gehen. Bevor ein privater Investor und der Staat also von möglichen Tourismuseinnahmen profitieren würde, müsste man zunächst eine Sanierung auf sich nehmen, bei der unklar ist, ob sie jemals bezahlt werden kann. Sollte sich dennoch bald ein Käufer finden... Aber an sich könnte da was Ultraschönes reingemacht werden. Also wenn man das so aufbreitet, schön macht, könnte das so ein übelst geiles mediterranes italienisches Hotel sein. So ein bisschen so auf Wandmalerei und so angelehnt. Wie würde er theoretisch vom italienischen Staat eine mittelalterliche Burg einfach so geschenkt bekommen? Als nächstes kommen wir zu einer weiteren Villa, die sich einfach nicht verkaufen lässt. Und das, obwohl eigentlich alles für dieses Objekt spricht. Diese Villa in den USA steht nämlich auf einem über zwei Quadratkilometer großen Grundstück und verfügt über zahllose Schlaf- und Badezimmer und hat sogar eine gigantische Eingangshalle mit mittelalterlichen Exponaten. Allerdings steht dieses Haus seit Jahren leer. Und der aktuelle Kaufpreis liegt bei knapp über 400.000 Dollar. Was für diese Gegend so gut wie geschenkt ist, da der Durchschnittspreis deutlich über einer Million Euro liegt. Der Grund für das riesige Desinteresse ist allerdings total absurd. Und zwar sollen manche Bauarbeiter gesagt haben, dass sie in dieser Villa Geister gesehen haben. Und zwar halten viele diese Behauptung für Unsinn, sie scheinen jedoch trotzdem einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Denn trotz allem Spott wurde das Haus mit fünf Kaminöfen und einer riesigen Bibliothek immer noch nicht verkauft. Weiter geht's mit einem... Da müsste man halt mal irgendwas über die Vorbesitzer erfahren. Was ist... Warum wohnen die denn nicht mehr da so? ...idyllischen Einfamilienhaus in New Jersey. Dieses Haus ist zwar an sich nicht besonders spektakulär, und doch erfüllt es eigentlich alle Anforderungen, die eine junge Familie an ein Haus haben kann. Es hat mehrere Wohnräume, einen schönen Garten und ist darüber hinaus wahnsinnig günstig. Großes Grundstück? Um genau zu sein, kostet es momentan gerade einmal 10 Dollar. Allerdings lässt sich dieses Haus seit Jahren einfach nicht verkaufen. Weshalb die Kommune, der das Grundstück gehört, mittlerweile eine Belohnung von 10.000 Dollar anbietet, wenn jemand dieses Haus kauft. Hä? Man kriegt sogar noch Geld? Was? Es scheint es auf den ersten Blick sehr verlockend, ein ganzes Haus und 10.000 Dollar geschenkt zu bekommen. Okay, das muss jetzt... Aber natürlich gibt es auch hier einen gigantischen Haken. Das muss ja irgendwas sein, dass wirklich sogar die Gemeinde Geld in die Hand nimmt, damit es nicht mehr im Besitz der Gemeinde ist. Ich hab keine Ahnung. Seit Jahren möchte die Kommune das Grundstück nämlich eigentlich für andere Projekte nutzen. Da das Haus unter Denkmalschutz steht, können sie es jedoch auch nicht ohne weiteres abreißen. Aus diesem Grund wird ein Käufer gesucht, der es auf irgendeine Weise schafft, das komplette Haus in einem Stück von dem Grundstück zu transportieren, ohne dass es dabei kaputt geht. Da dies quasi ein Ding der Unmöglichkeit ist und für viele sich der Aufwand nicht lohnen würde, wird dieses Haus vermutlich auch noch eine ganze Weile lang... Was soll die Gemeinde das doch dann einfach machen? Wisst ihr, wie ich meine? Für die Nummer 5 bleiben wir in New Jersey und kommen zu einem ähnlich attraktiven Haus, in das aus einem extrem verrückten Grund auch geschenkt niemand einziehen möchte. Und zwar lebten schon in der Vergangenheit einige Familien in dieser Stadtvilla mit großer Eingangshalle in fantastischer Lage. Allerdings ist bisher jeder Bewohner nach kurzer Zeit wieder ausgezogen. Der Grund dafür ist extrem unheimlich. In der Vergangenheit erhielt nämlich jeder neue Besucher anonyme Drohbriefe, die ihm nicht nur dazu aufforderten, schnellstmöglich wieder zu verschwinden, sondern in denen auch behauptet wurde, dass niemand in diesem Haus wohnen dürfe, da dort der Geist einiger Ahnen Einzug gehalten hätte, deren Ruhe man nicht stören solle. Wem diese seltsamen Vorkommnisse jedoch nichts ausmachen, der findet hier eine hochqualitative Stadtvilla zu einem absoluten Schnäppchen. Gut, an sich ist das irgendein Verrückter, der da einfach immer Post hinschickt. Frage ich mich auch, warum man das macht, aber wenn da bis jetzt noch nicht was passiert ist, dann ja, aber als ob man den Typen nicht mal irgendwie fasst, der da immer die Briefe hinschickt. Als nächstes kommen wir zu einem weiteren Promi-Haus, das seit Jahren massiv im Wert sinkt und das partout keiner kaufen will. Die Rede ist von einer Villa, die jahrelang von 50 Cent bewohnt wurde. 50 Cent, der mittlerweile nicht nur als Rapper, sondern auch als Buchautor und TV-Produzent erfolgreich ist, ist dafür bekannt, öfters mal mit seinem Luxus zu prahlen. Vor einigen Jahren sah dies jedoch noch ganz anders aus und 50 Cent musste sich einem Verfahren wegen Privatinsolvenz stellen. Im Zuge dessen wurde er auch dazu aufgefordert, seine gigantische Luft... Ja, wobei man da aber auch sagen muss, der hat das auch ein bisschen getribbelt, ne? Weil irgendwie der hat sich ja von seiner Frau getrennt und musste er irgendwie so viel Geld zahlen, irgendwie sowas. Und dann hat er sich halt irgendwie selbst Privatinsolvenz gemeldet, damit er das nicht zahlen muss. Also er hat das irgendwie so ein bisschen Trippelei gemacht, irgendwo Geld im Ausland oder so. Weißt ihr, wie ich meine so? Er ist offiziell dann Privatinsolvent, aber er ist halt trotzdem noch Millionär. Luxus-Villa in Connecticut zu verkaufen. Diese Villa hat nicht nur Dutzende Räume, ein Hallenbad und einen privaten See im Garten. Sie verfügt außerdem über ein eigenes Casino, eine Disco. Aber Leute, ich weiß, also diese Mega-Villas, ne, von so Promis, wenn wir uns die anschauen, oftmals finde ich die gar nicht so nice, wenn die zu groß sind. Ich finde das schon wieder ungemütlich. Das ist ja schon gefühlt wieder wie so eine Hotelanlage. Checkt ihr, wie ich meine? Wenn da irgendwas am einen Ende ist, weißt du ja, kriegst du es schon gar nicht mehr mit, weil das so groß ist. Also, ich mag schöne Häuser und die dürfen auch gern ein bisschen größer sein, aber so ein riesen Anwesen, das wäre mir schon wieder zu viel. Ein Turnstudium und einen Basketballplatz. Allerdings hat es 50 Cent bis heute nicht geschafft, diese Ausnahme-Villa wieder zu verkaufen. Dies liegt in diesem Fall nicht daran, dass es spukt oder er in einer unsicheren Gegend lebt. In Wahrheit möchte niemand dieses Haus kaufen, da es fernab jeglicher Zivilisation gebaut wurde. Da die meisten Reichen nämlich gerne in Gegenden mit anderen wohlhabenden Menschen leben, ist es extrem unattraktiv, unten in nirgendwo zu leben. Und zwar ist der Wert des Hauses von über 18 Millionen auf bloße 5 Millionen Dollar gefallen. Viele gehen jedoch davon aus, dass diese Supervilla immer noch sehr lange unter... Für 5 Millionen würde ich das an 50 Cent Stelle lieber behalten und so als Wochenendhaus benutzen, statt irgendwie für 5 Millionen das Ding, weil das ist ja mehr wert vom Ding her so. Aber ja, kann ich verstehen. Also ich würde jetzt auch nicht irgendwo gerne leben, wo niemand um mich rum ist, weil wenn da mal irgendwas passiert, dann bist du ganz allein. Als Beispiel Einbrecher, jemand, der dich überfällt oder so. So Nachbarn sind schon gut, wenn die immer so ein bisschen Auge auf alles haben. Als nächstes geht's nach England, in eine Gegend, in der man tatsächlich Häuser für gerade einmal einen Euro kaufen kann. Die Rede ist von der Gegend Cowbridge, mitten in Großbritannien. Cowbridge war ursprünglich eine Gegend, in der während der Industrialisierung tausende Menschen lebten und arbeiteten. Als nach dem Krieg jedoch mehr und mehr Fabriken stillgelegt wurden, zog es die Menschen in andere Städte. Und Cowbridge wurde allmählich zur Geisterstadt. Vor einigen Jahren versuchte die britische Regierung deshalb, der Gegend neues Leben einzuhauchen. Aus diesem Grund baute sie zahlreiche hochwertige Häuser, von denen sie sich erhoffte, dass so möglichst viele Menschen nach Cowbridge zurückkehren werden. Damit lagen sie allerdings komplett falsch. Denn bis heute wurde kein einziges dieser Häuser gekauft. Mittlerweile hat die Regierung den Kaufpreis pro Haus daher auf einen Euro gesät, in der Hoffnung, dass so um wenigstens ein paar Objekte verkauft werden. In Kürze stehen in jedem Haus nämlich Renovierungskosten in Höhe von 35.000 Euro an, die die Regierung selber nicht tragen will. Wenn sie ein Haus für einen Euro verkauft, kommt sie also immer noch besser davon, als wenn sie es behalten müsste. Auf der Nummer 2 kommen wir nun zu einer gigantischen Villa, die für viele die Anforderungen eines absoluten Traumhauses erfüllt. Dieses Riesenhaus namens Granot Loma liegt in Michigan, direkt am Oberer See, also dem zweitgrößten See der Welt. Es hat unter anderem 23... Boah, von au... Alter, ich hätte nicht gedacht, dass es von innen so aussieht, als man es von außen gesehen hat. ...90 Schlafzimmer, Whirlpools auf dem Balkon, separate Apartments und sogar einen eigenen Schiffsanlegeplatz. Vor einigen Jahren wurde dieses exklusive Objekt für 40 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten. Allerdings musste dieser Preis mittlerweile auf wenige Dollar gesenkt werden, da niemand auch nur im Ansatz Interesse zeigte. Die Gründe dafür sind vollkommen unterschiedlich. Zum einen ist vielen die Einrichtung viel zu unmodern. Ach, ist das jetzt die Einrichtung oder das andere? Ja, das passt eher dazu. Es würde Millionen kosten, die dutzenden Räume von ihren mittelalterlichen Artefakten zu befreien und dort moderne Technik einzubauen. Und darüber hinaus liegt Granot Loma extrem weit außerhalb. Es dauert unglaubliche dreieinhalb Autostunden, um vom Haus in den nächsten halbwegs großen Ort zu fahren. Wer will denn da leben? Zwar ist diese Villa als eine der größten der USA, zweifelsohne schön anzusehen. Die allermeisten würden sie aber wortwörtlich nicht mal geschenkt nehmen. Geschenkt würdest du nehmen, ne? Aber es ist halt schwierig, ne? Es ist halt... Da sieht man einfach wieder die Nachfrage, wie sagt man, die Nachfrage regelt den Preis oder das Angebot oder so irgendwie. Wenn halt niemand das haben... An sich ist ja ein Riesenanwesen, viel Materialien hat bestimmt viel gekostet und alles, aber wenn es halt niemand haben will, dann... Last but not least kommen wir zum Abschluss dieses Videos noch zu einer Frau, die tatsächlich den Mut hatte, eines der Häuser zu kaufen, die aufgrund verschiedenster Mängel extrem billig sind. Die Amerikanerin Betsy Sweeney kaufte nämlich 2020 ein riesiges Haus, das für gerade mal 18.000 Dollar angeboten wurde und extrem heruntergekommen war. Vor einiger Zeit wurde sie jedoch von der YouTuberin Monica Church besucht, die sehen wollte, wie es sich in einem so billigen Haus lebt. Muss man halt alles renovieren, ne? zeigte ihr dann ihr ganzes Haus, das sie aktuell für ca. 160.000 Dollar renoviert. Laut ihr war es zwar ein extremes Risiko, ein so billiges Haus zu kaufen, da die ganze Sache natürlich einen großen Haken hatte, mittlerweile bezeichnet sie ihre Investitionen jedoch als beste Entscheidung. Ja gut, ich sag mal, selbst wenn das bei 160.000 Renovierungen bleibt, dann wäre das ein Haus trotzdem noch unter 200k, was halt sehr, sehr gut ist. Entfeidung ihres Lebens. Bald wird sie nämlich in einem fast 400 Quadratmeter großen Stadthaus im viktorianischen Stil leben, das nicht nur eine fantastische Lage hat, sondern auch alles andere, was man sich sonst für ein gemütliches Zuhause wünscht. Und das war's. Ja gut, Leute, das war's wieder gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo dauernd. Bis dahin, haut rein, Leute, euer Crime Mix. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020